was passiert hier denn wieder erfolglos ich habe gestern beim kiten habe ich hier eine gopro im wasserschwimmen gesehen gefunden die hat so einen schwimmkörper deshalb ist diese im wasser geschwommen jetzt suche ich den besitzer davon ich bin hier auf dem camping herumgelaufen ich habe gesehen was auf dem video ich habe reingeguckt was für ein kite derjenige geflogen ist habe auf dem camping geguckt aber gehört niemanden jetzt dachten wir weiter oben am strand da stehen auch viele camper geparkt und da ist heute morgen schon einer mit so einem kite geflogen wahrscheinlich hat er sie gesucht dass wir mal hochspazieren ich weiß nicht wie lange läuft man da schon ein stückchen von hier raus ja schon so was schauen wir mal ob wir denjenigen finden und ja tun eine gute tat und bringen die kamera zurück hoffen wir dass sie dann auch jemand da oben gehört da ist unser camping und da muss wir hin wo der kite da fliegt ungefähr wir sind hier am landebahn angekommen da stehen alle autos geparkt und da oben fliegt ein mit dem schwarzen chor wir probieren mal ob er irgendwie die erreichen können wir vermuten dass er das ist ja schauen wir mal ich glaube nicht dass das der mann war weil er würde nicht mal mit uns reden erst direkt wieder weitergefahren jetzt laufen wir mal zu den camper und laufen mal mit der kamera vorbei vielleicht erkennt das jemand gerade die jungs da hinten gefragt aber so geht es nicht so einfach wir haben aber neuer im visier da fliegt ein weiße kite so auf den bilder die wir gesehen haben den fischen mal raus genau und und die von der andere typ kennt ihr die wieder erfolgslos ja jetzt gehen wir noch mal entlang alle autos hier vorbei und sonst ja ja wir haben alles getan naja schauen wir vielleicht haben wir noch glück das war es wir sind die ganze reihe nachgegangen aber einige gefragt aber keinen gehört den gopro naja wir stellen uns mal ins internet und schauen wir da noch reaktionen bekommen und dann hoffen wir mal dass wir den besitzer noch finden für uns geht es mal wieder einkaufen ich glaube wir waren seit einer woche nicht mehr einkaufen lange höchstern wir ewig still da ist uns aber gut angesprochen ist gut ja ja wir versorgen wir uns mal wieder dass wir wieder eine woche durch können mit essen und trinken ja im zwischenstand für die kamera noch immer hat keiner sich gemeldet wir haben es in die facebook gruppe lost and found tarifa gestellt haben uns welche gesagt könnt ihr uns da mal rein stellen naja mal gucken ob sich jemand meldet da kommen frau mit der einkaufswagen challenge ist jetzt natürlich alles was da ist irgendwo in den bus zu verstauen man denkt immer das passt gar nicht rein aber nach einem frischen einkauf findet man auch überall essen zwischen der kleidung und keine ahnung dann kommt da irgendwie noch der orange da so geht es meistens ich leg die sache vom einkaufswagen im vorne und kate geht dann wild hin und her und probiert einen platz zu finden aber mittlerweile haben wir schon so gute ordnung eigentlich es läuft ja jetzt schauen wir mal die letzte sache wird reingepackt ich würde die kanister wasser und das bierchen noch einpacken hinten rein und dann gehen wir wieder ab zum camping das ist mal eine aussicht vom supermarktparkplatz das ist echt schön schöner blick über die bucht dann war muss zurück zum camp land voll geladen ja dann können wir wieder woche dann gibt es abendessen zum glück ist das schon fertig muss ja nur warm machen das stimmt resten Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, liebe Karai! Happy birthday to you! Alles Gute! Danke schön! Geburtstagskind! Jawoll! Na, wie fühlst du dich? Herrlich! Verrat mal, wie alt bist du geworden? Ich bin 31 geworden, 1990, 2 Dezember geboren worden, Sonntagskind. Ja, das bist du wirklich ein Sonntagskind, ne? Ich fühle mich richtig gut, bin schön verwöhnt durch dich, Kaffee aufs Bett, liebe Worten bekommen und ja, so kann man jahrig sein. Da gibt's kein Wort bei uns, Geburtstag haben. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig glücklich und einfach das Schönste hier zu sein und zu spüren, wie viel Liebe man um sich rum hat. Liebe Frau, liebe Familie, ja das ist einfach das Schönste. Schön! Machen wir einen schönen Tag, ne? Ja! Frühstück gibt's, du hast Müsli. Ja, hier gibt's Frühstück, habe ich gerade gemacht. Gucken wir mal, ob wir das in der Sonne essen können. Ja, es wird langsam sonnig. Ja! Ja! Hey, hast du einen Geburtstagsfreund gefunden? Ja! Wir schauen uns mal vorne die Bedingungen an. Und hier laufen wieder, oder wieder, aber hier laufen oft diese Kühe rum. Da läuft ein Bauer mit seinen paar Kühen hier über den Strand entlang. Und da ist ihr vielleicht hinter mir, auf dem Weg, Richtung Camping, da laufen sie Richtung Camping rein, die Kühe. Das ist echt lustig, aber die sind total, die machen gar nichts, die sind echt lieb. Da braucht man keine Angst haben. Ja, mal gucken, ob Kai heute aufs Wasser kann, ein Geburtstags-Surf. Wäre schön, aber sonst machen wir was anderes Schönes. Wir sind vorne, was sagt der Wind? 9, 10 Knoten so, aber er hat einen Max-Kauf von 20,5. Aber es ist richtig glücklich ruhig. Dafür sieht es heute richtig cool aus. Das Wasser ist voll hier drüber gespült. Normal ist hier alles trocken. Und diesmal kam es bis da nach hinten, es ist alles nass, hat es alles nass gespült. Aber schaut mal, wie schön sich die Wolken spiegeln. Richtig cool. Aber man kann auch nicht trocken aufbauen heute. Alles matschig. Und? Was sagst du? Wie sieht dein Plan aus, was willst du machen Geburtstag, Kind? Ich glaube besser, wir gehen einfach rechtzeitig nach Tarifa. Ja? Schön bummeln? Lecker essen gehen? Ja. Können wir auch machen. Oder wolltest du Wellen? Na, das sieht auch nicht echt zum Wellenreiten aus, oder? Das sieht auch nicht so toll. Dann muss ich irgendwo anders gucken. Hier kannst du doch aufs Wasser an deinen Geburtstag. Jawoll, hier ist der Wind. Wir sind bis heute hochgefahren an diese große Düne. Ja. Und hier kommt der Wind besser durch. Zwei andere Winger. Ja, zum Kiten ist es hier ein bisschen zu löchrig für mich. Das macht manchmal kein Wind und dann fällt der Kite runter. Das ist nicht so geschickt. Genau. Aber es freut mich, wenn mein lieber Mann hier aufs Wasser kommt. Viel Spaß. Danke. Pass auf dich auf. Ja. Versuchen. Nicht nur versuchen. Chai hat ja schöne Session, oder? Wir sind hier auf dem Wasser mit dem Wing. Ich habe schon zugekommen, es war auch schön. War schön. Hoppala, jetzt sind wir auf dem Weg nach der Riva, in der Stadt. In der Städtchen, ja. Und wir gehen schön zum zweiten Essen. Candlelight Dinner. Genau, da haben wir schon Lust drauf. Ja, ich auch. Ja, schön zusammen. Wir sind in der Stadt. Hier ist schon überall die Weihnachtsdeko. Was heißt schon, es ist Dezember, ne? Ja. Zweiter Dezember, mein Geburtstag. Zweiter Dezember, dein Geburtstag, stimmt. Erstmal, dass wir im Tarif sind jetzt. Ja, wir sind jetzt schon drei Wochen. Und hier, und das erste Mal, dass wir echt in die Stadt gehen. Wir laufen jetzt in der Altstadt. Von dem Hafen in der Altstadt, glaube ich. Ja, da habe ich auch schon öfters mal was gekauft. So Armkettelchen. Das habe ich nämlich immer öfter gemacht. Immer aus jedem, oder fast aus jedem Urlaub habe ich irgendwie so ein Lederarmbändchen oder sowas gekauft. Oh, sorry. Hier geht's in der Surfbar. Richtig deutsch unterwegs. Haben die offen? Nicht, dass die heute Ruhetage haben. Das wird blöd. Ja klar, abends Feuer. Hast du Mundschutz? Ja, hab ich aber. Na, nicht auf. Oh, lecker. Ich habe auch Hunger, muss ich sagen. Ich habe richtig Hunger. Boah, das sieht so lecker aus, oder? Und was hast du da? Das ist Fackel. Secret Pig Heiz. Ja, also ein Pig Heiz. Einen Schwein? Von der Camping hat jemand mich empfohlen. Der ist manchmal ein normaler Schwein. Aber der soll der Name sein. Und das ist ein Steak Mushroom Pie. Also mit Fleisch und Pilze. So in so einem Blätterteig. Wir hatten das, glaube ich, vor Jahren schonmal. Das war richtig lecker. Ja. Prost. Auf dich, Schätzchen. Ja. Boah, das hat super geschmeckt. War herrlich, war richtig schön. Da sitzen auch so gemütlich. War echt richtig schön. Und jetzt bummen wir mal ein bisschen das Städtchen. Wie fühlst du dich? Ehrlich hier. So ein schöner Tag. Mit dir? Ja. Mit zweitem Jahr. Schöner Geburtstag. Mhm. Voll ausgestorben hier der Platz. Diese Laterne. Richtig schön. Und hier ein Zitronen... Nee, Orangen, Schatz. Das ist Orangen? Das sind Orangenwärm. Hängt komplett voll. Hier schmecken die Orangen auch richtig lecker, ne? Die Orangen sind richtig gut hier, ja. Hww. Musik. Gud Möktisch. c Vad Pen. Musik So, wieder bei Loey angekommen? Ja, war richtig schön. Ja, war echt schön. Date-Night sozusagen, war richtig schön. Schön spazieren, quatschen. Ist schön, statt sich gegenseitig was zu schenken, einfach einen schönen Abend zusammen und essen gehen. Ja. Echt schön. Jetzt geht's zurück, einen gemütlichen Tee noch und einfach für den Abend gemütlich aufgeben lassen. Abends, ja. Sehr schön. Gutes Nächle. Gute Nacht. Hallo. Guten Morgen. Was passiert hier denn? Kate, wo gehst du hin? Oh, ich werde gestohlen vom Wasser. Komm, ich helf dich wieder. Es war eine Massage, aber dann würdest du gestohlen. Gestohlen. Du hast mich nicht gerettet, du hast mich einfach gehen lassen. So schaut's aus. Ich rette dich immer. Manchmal darf ich mir zwei Tüten Chai ausleihen. Dwei Tüten Chai? Martin. Bitte schön. Mhm. Kate zieht sich an. Klappt's Kate? Und was für einen Sonnen haben wir wieder. Herrlich warm. Geht kurze Hose? Kurze Hose geht's, herrlich. Und ich stehe immer wieder mit Flip Flops und Socken. Also, richtig charmant. Während der Nachbar es gemütlich macht, tanzende Hühne in der Topf rum. Der Hund stellt den Fuß noch in die Pfanne rein. Steht in der Pfanne. So, jetzt steht der Hund in der Pfanne. Wenn du die Pfanne erwachen, dann ist das Hund gebraten. Der Hund hat's gut. Ja, dann kann ich jetzt gerade das Hund. Wir kommen gerade von draußen. Ein warmer Tee wird gekocht. Draußen ist es kühl. Und dunkel. Wir haben uns zusammengesetzt mit anderen Campingbewohnern. Und gemütlich zusammen gegessen. Gitarre gespielt, Musik gemacht. Ja, das war ganz herrlich. Aber irgendwann wird's cool. Und jetzt haben wir uns im Bus verzogen. Und fast in der Woche nochmal zusammen. Was war's für eine Woche, Kate? Ja, sie ging wieder schnell vorbei. Sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Wenn die Tage gleich sind. Aha. Wenn die Tage gleich sind und man viel Gleiches macht. So wie wir jetzt gerade im Augenblick. morgens aufstehen. Geht's echt schnell. Geht's echt schnell. Dann vorläufend im Strand. Ja. Wind checken. Aufs Wasser. Abendessen. So sieht es sich aus. Gerade erst war irgendwie Samstagabend und wir dachten so, ah shit, der Vlog ist noch nicht fertig. Noch schnell fertig machen. Und schon wieder ist Samstagabend und wir müssen den Vlog noch fertig machen. Ja. Schöne Woche war's. Du hattest gefragt, wie die Woche war. Genau. Das war jetzt Geburtstag. Ja. Wir waren schön essen abends. Mhm. Das war sehr schön. Wir haben eine Kamera gefunden. Aber den. Da hat sich noch niemand gemeldet. Besitzer. Der stand bisher. Nee. Es schaut irgendwie schlecht aus. Also für den Besitzer. Ähm. Ja. Ja. Wir schauen nochmal. Vielleicht habt ihr Tipps, was wir noch machen können. Es steht auf Facebook, auf so einer LostinFound Page. Da steht es jetzt fast eine Woche. Bisher hat sich keiner gemeldet. Nee. Wir setzen uns jetzt mal weiter an den Vlog, dass der auch morgen wieder rechtzeitig online kommen kann. Mhm. Damit ihr schön gucken könnt. Und verabschieden wir uns für diese Woche. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen euch hat's gefallen. Immer ein Vergnügen. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Ja. Und einen Daumen nach oben. Mhm. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin. Dach, dach. Dui, dui. Und, dui, dui. Bis dahin. Dui. Dui.